Die Flossen hoch, alle die Flossen hoch! Die Hände hoch, einmal die Hände hoch, nimm! Schönen guten Tag! Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Amber, Hände hoch, Hände hoch, nimm deine scheiß Hände hoch! Raus mit dir, raus! Das ist der größte Fehler, den ihr gemacht habt. Ich halte nicht die Schnauze. Halt die Schnauze! Wir werden schon sehen, was noch passiert mit euch. Halt die Schnauze, verpinnen! Oh ja, mein Beste! Raus mit dir! Ihr seid so gefickt, ihr habt keine Ahnung. Halt's Maul, Junge! Ich halte nicht mein Maul, du Keck. Vorun Schritt schneller, schneller, raus! Mach dein Maul auf und sag, wie ich hingehen soll. Hey, wenn du keine Kugel willst, rennst du jetzt. Hast du sowas verstanden? Oh mein, oh, 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 ich freu mich. Ich freu mich, Digga. Ich freu mich. Ich bin so freundlich. Ich mach's nur einmal. Und dann, Ende, du wirst dich ja liegen lassen wie Müll einfach. Wie ein Mülleimer wohl. Ich lass dich hier liegen wie Müll. Viel Spaß. Hoffentlich findet jemand. Gib mir den Scheiß Pulli noch, werfen wir den auf den Boden. Halt! Du musst die Kiste festschneiden jetzt bei dir, dann fallen sie runter. Hände hoch. Die Hände hoch, sofort. Die Hände hoch, du Bastard. Umdrehen. Und du bleibst da schön stehen, wenn ich einmal deine Hände irgendwo anders sehe, Digga. Holt die Tasche nehmen wir erst mal mit. Ins Auto. Hinten einsteigen. Ja, hinlaufen mit seiner Verletzung. Adi, gibt's noch ein paar letzte Worte eigentlich? Gibt's noch ein paar letzte Worte, die du sagen möchtest, Adi? Wir richten's auch Ember aus, wenn du möchtest. Adi! Das ist dein letztes Wort, was du heute sagst. Bist du schon wieder geistig abwesend? Nein, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, das ist jetzt doof. Jetzt hast du noch die Chance dazu. Ich geb dir jetzt noch 10 Sekunden für deine letzten Worte. Möchtest du noch was sagen? Sollen wir irgendjemandem was ausrichten oder? Ja, muss das jetzt sein hier. Was? Das sind deine letzten Worte? Nein, ich frag euch grad. Das muss jetzt sein, ja. Ich weiß nicht, was ihr von mir noch hören wollt. 10. Also ich will nichts, was ihr irgendwie mit ausrichtet. Gut. Dann brauchen wir auch nicht länger warten. Alles klar. Vielleicht sieht man sich im zweiten Leben. Ja. Mach wieder Tempomat rein, bitte. Ja. Mach bitte Tempomat wieder rein. Ja, okay. Ich hab eben ne schlechte Fahrer, die schlecht fahren können, ne? Warum kannst du kein Auto fahren? Ach, Bruder! Leck mir doch die Tasch, Alter. Was ist das denn?